So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und es ist schon wieder richtig kompliziert. Es ist Dienstag und ich habe gedacht, okay, es ist diesmal kein Raid-Boss-Wechsel am Dienstag, 10 Uhr, so wie sonst üblicherweise zwischen 10 und 11 kommt es ja immer vor, dass ein neuer Raid-Boss erscheint. Jetzt ist Regigigas noch ein bisschen da, bis zum 1. Juli. Obwohl einige dachten, sobald das Event um ist, ist der auch weg. Da hing der ist bis 1. Juli da. Und dann dachte ich, es ist Zeit, wir können mal wieder ein Gewinnspiel machen. Die Leute fragen immer, wann gibt es mal wieder ein Gewinnspiel. Ich habe noch einen Account, den ich verlosen kann. Ich habe noch einen anderen Account, den ich verlosen kann. Ich habe noch einen dritten Account, den ich verlosen kann. Die sind auch alle Level 40. Und dann habe ich gedacht, das CD-Video ist erschienen. Also beziehungsweise gestern haben alle rumgestresst, ey, hast du es schon gehört? CD, CD. Jetzt habe ich gedacht, muss man erstmal ein Video zum CD machen. Dann habe ich gesehen, ist hier das mit den Boni erschienen. Jetzt habe ich vorhin ein Video über die Boni gemacht. Und eigentlich wollte ich ja irgendwie das mit dem CD machen. Aber eigentlich wollte ich auch ein Gewinnspiel machen. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen ein Video über den CD und kombinieren das mit einem Gewinnspiel. Aber kein Account-Gewinnspiel, weil da müsste ich den ja zeigen und alles hin und her. Das verschlingt zu viel Zeit zusätzlich mit dem CD. Wir verlosen einfach ein Shiny. Weil viele auch immer gesagt haben, wann verlost du denn mal wieder ein Shiny? Und jetzt gab es bei dem Sommer-Sonnen-Wende-Event-Wend. Ich komme immer noch nicht klar da drauf. Gab es ja vermehrt wieder Relaxo-Spawns, ja. Wenn ich weiß, was ein Relaxo ist, der sieht ungefähr so hier aus. Das ist ein Relaxo. Das gab es als Shiny seit dem Kando-Tag. Da gab es das auch kurz in Raids. Manche haben sich eins gesichert. Dann war das weg. Weder in Raids noch wild. Irgendwie, keine Ahnung. Es war einfach weg. Dann kam es zurück. Und jetzt im Event ist es wieder häufiger wild gespawn. Und viele haben sich da ein Shiny gesichert, aber viele haben auch gar keins bekommen. Deswegen wollen wir heute auch ein Gewinnspiel machen, wie man ein Shiny-Relaxo bekommt. Weil Dienstag ist, die Auflösung ist dann wieder am Montag bei Chill mit Ramses im Livestream ab 21 Uhr. Montag streame ich ja immer 20 Uhr Chill mit Ramses. Und 21 Uhr lösen wir immer auf, wenn es was zum Auflösen gibt. Jetzt möchte ich euch aber kurz erstmal wegen dem Community-Day informieren. Ja, ich habe mitbekommen, dass der nächste C-Day angekündigt wurde. Und nachdem Serpi Foy seinen C-Day bekommen hat, obwohl es schon als Shiny bei einem Event eingeführt wurde, war ja klar, die anderen Starter müssen auch noch kommen aus seiner Generation. Otaro fehlt noch. Floing fehlt noch. Floing ist der nächste, der jetzt einen C-Day bekommt. Ist wieder ein Feuerstarter. Passend dazu ist das Klurak immer noch hier vom Raidmania-Gewinner. Das wird ja immer eingeblendet. Der C-Day findet auf jeden Fall am 3. Juli statt. Habt ihr euch das schon eingetragen in euren Kalender? Wenn nicht, macht das einfach noch, bevor wieder jede Woche gefragt wird, ist heute C-Day? Ist morgen C-Day? Ist der C-Day nächste Woche? Was ist eigentlich ein C-Day? Deswegen, 3. Juli. Das ist gar nicht mehr so lang. Man gibt es schon den Floing-C-Day. Fertig. Bam. Kann man sich freuen, kann man sich nicht freuen. Es ist auf jeden Fall ein Pokémon, was neu als Shiny eingeführt wird. Es ist ein Starter. Ich freue mich immer über neue Shinies. Auch wenn die Starter-Pokémon meistens nicht so krasse Shinies haben, beziehungsweise die nicht so viel anders aussehen, hat man ja bei Serbifol gesehen. Floing erscheint in hohen Zahlen, erstmals auch als Shiny. Ab 11 Uhr bis 19 Uhr erlernen Flambyrex die Event-Ladeattacke Lohe Kanonade, wenn es aus Floings-Entwicklungen Verkogel entwickelt wird. Das ist ja immer so. Ja, 2 Stunden danach noch Zeit. Also während Corona jetzt, weil die Sea-Days dann nicht 11 bis 14, sondern 11 bis 17 ging, habt ihr dann noch 2 Stunden Zeit gehabt bis 19 Uhr, die Sea-Day-Attacke zu erlernen. Da es ein Feuerstarter ist, kriegt ihr auch wieder Lohe Kanonade, so wie das auch Logok bekommen hat, so wie das auch Klurak bekommen hat. Es gibt wieder 5. In Schnappschüssen gibt es besondere Begegnungen mit Floing. Wieder 5 garantierte Schnappschüsse, wer da noch was auf seiner Medaille braucht. Im Shop wird es für 1.280 Münzen eine Box geben mit einer Top-Lade-TM. Die sind ja immer sehr begehrt. 50 Hyperbälle, 5 Sternenstücke, 5-fach Rauch, aber 12,80 Euro für eine Top-Lade-TM ausgeben. Ich habe bisher noch nie so eine Sea-Day-Box gekauft. Habt ihr schon mal so eine Sea-Day-Box gekauft? Schreibt es mal rein. Ich noch nicht. Werde ich wahrscheinlich diesmal auch nicht. Ich meine, entwickle ich halt eins für Lohe Kanonade, sonst was. Das würde reichen, da brauche ich keine Top-Lade-TM. Was ich mir aber hingegen jedes Mal kaufe, ist diese Spezialforschung für 99 Cent. Und diesmal gibt es auch eine Spezialforschung mit dem Namen Geröstete Nüsse. Ihr wisst, ihr geht raus, ihr seid leicht bekleidet, die Sonne brennt, zack, geröstete Nüsse. Also, was will man machen? Passt auf jeden Fall zum Sommer. Für 99 Cent, ihr macht nichts falsch. Das ist 1 Euro. 1 Euro im Monat für euer Lieblings-Hobby, für euer Lieblings-Spiel investieren. Das muss doch drin sein, ja. Und ihr kriegt meistens ein paar Items, die den Wert eh schon wettmachen. Ihr kriegt 4 Kapitel voller Spaß und Hoffnung. Und ihr kriegt am Ende meistens sogar eine Endentwicklung schon direkt hingestellt zum Fangen. Übelst nice. Also auf jeden Fall, 99 Cent würde ich jedes Mal investieren für geröstete Nüsse. Geht mal in den Laden, kauft euch geröstete Nüsse. Ihr werdet auf jeden Fall mehr als 99 Cent dafür hinblättern. Bonus diesmal, keine Brutdistanz, keine Erfahrungspunkte, sondern das Beste überhaupt, dreifach Fang-Sternenstaub. Erfahrungspunkte, schön und gut, aber Staub kannst du nie genug haben. Staub, Beste wo gibt. Deswegen dreifach Sternenstaub. Viele werden das wieder nutzen, um Sternenstaub zu farmen. Rauch hält 3 Stunden an. Lokmodule halten 3 Stunden an. War ja sonst anders. Lokmodule waren nur eine halbe Stunde, seitdem die Corona-Boni da waren. Jetzt wollen sie trotzdem aber wieder, dass ihr rausgeht, draußen rumchillt. Also Lokmodule halten wieder 3 Stunden. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Endlich sind die wieder effektiver. Und der Rauch gerät immer mehr ins Hintertreffen. Aber momentan ist noch beides da. Eigentlich sind das die krassesten Sea Days ever. Früher gab es eine halbe Stunde Rauch, drei Stunden Lokmodul. Jetzt ist der Rauch eine Stunde gewesen. Sehr effektiv. Jetzt ist der Rauch drei Stunden im Sea Day. Sehr effektiv. Plus Lokmodule drei Stunden. Plus dreifach Fang-Sternenstaub. Also besser geht es eigentlich nicht. Ihr habt ja auch ein Bild von der Scheine-Familie. Floing sieht nicht mehr orange aus, sondern geht ein bisschen so in dieses Honiggelbe rein. Wird ein bisschen heller. Verkogel hat sich einen anderen BH angezogen. Okay, Flambyrex sieht auf jeden Fall krass aus. Gerade, dass dieser brennende Flammenbart dann hier so blau, feuerblau, brennendes, giftiges Brennblau ist. Also das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Das war alles hier von pokefans.net. Wir haben das alles hier drüben auch nochmal stehen. Von Go Games. Jetzt seht ihr die Bilder auch nochmal und nochmal ein bisschen größer hier. Klein, mittel, groß. Einmal zum Mitnehmen bitte. Schönes Flambyrex. Zeitraum. 3. Juli. 11 bis 17 Uhr. Boni. Drei Stunden Rauch. Lokmodule. Staub. Lohe Kanonade. Spezialforschung. Angebot. Hier steht es nochmal. Wie gesagt, ich werde mir diesmal wieder keine Box kaufen, aber dieses Angebot. So. Ihr könnt mal eure Meinung zum Sea Day unten reinschreiben. Freut ihr euch auf Floing? Wie findet ihr das Shiny? Wie findet ihr den Boni? Was denkt ihr, was kommt als nächstes? Lasst uns jetzt schon drüber spekulieren. Und dann möchte ich euch noch sagen, was ihr tun müsst, um das Relaxo zu gewinnen. Denn Relaxo einfach nur als Gewinnspiel wäre zu kurz gewesen. Da haben wir das kombiniert. Wie gesagt, Relaxo ist ein cooles Pokémon. War für mich das letzte, was mir jetzt Shiny gefehlt hat, damit ich dann alle Shinies hatte. Danke an Marco nochmal an der Stelle. Also der, der da ist. Der mir das dann noch gegönnt hat. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn ich noch eins kriege, gebe ich ihm das auf jeden Fall wieder zurück. Das Angebot steht immer noch. Wenn er dann möchte, würde er wieder einen Relaxo von mir bekommen, dass er seins wieder hat. Aber wir haben noch eins übrig, auch für euch. Wer einen Relaxo gewinnen möchte, macht mit. Schreibt unter dieses Video. Erstens. Euren Trainer Namen, sowie euren Trainer Code. Wenn ihr gewinnt, brauche ich das sowieso. Ich muss euch ja dann adden. Wir müssen uns anfreunden. Wenn ihr noch keins habt, ist das nämlich mega teuer. Wir müssten erst 30 Tage leveln, dass wir das dann für 80.000 Sternenstaub tauschen können. Also schreibt euren Trainer Namen und euren Trainer Code schon mal unten drunter. Dadurch weiß ich auch gleich, wer ihr seid. Weil viele immer 50 Accounts nehmen und irgendwas schreiben. So weiß ich dann, okay, ihr müsst ja eh euren Namen angeben, sodass ihr nur einmal mitmacht. Weil auch doppelte Kommentare, alles wird auch immer aussortiert. Schreibt also euren Trainer Namen unten in den Kommentar. Schreibt euren Trainer Code in den Kommentar. Und dann schreibt einen Satz. Ich will Relaxo, weil... Und eine Begründung dahinter, warum ihr Relaxo möchtet. Weil ihr noch keins habt. Weil das euer Lieblings-Pokémon ist. Weil euch die Farbe so gut gefällt. Weil ihr auch mal was gewinnen möchtet. Weil ihr schon eins habt, aber noch ein zweites braucht. Weil ihr halt euers dann abgeben würdet gegen einen Homie oder sonst was. Keine Ahnung. Schreibt irgendwas hin. Diesmal gibt es keinen Hashtag. Ich will Relaxo, weil... Und dann eure Begründung. Das Ganze wird, wie gesagt, am Montag aufgelöst. Damit das jetzt eine Woche lang läuft. Genügend Leute das auch mitbekommen, dass sie da mitmachen können. Wäre Quatsch, wenn ich das jetzt hier zeige. Und heute Abend, 18 Uhr im Stream, lösen wir das auf. Manche sehen das Video dann erst morgen. Schreiben dann immer zu drunter. Wundern sich, hä, wieso ist es schon vorbei? Deswegen... Ich will Relaxo, weil... Eine Begründung. Trainername, Trainercode. Und dann Montag, 20 Uhr, Chill mit Ramses. Der Livestream, Montagabend. Wir werden wieder da hängen, wieder Videos gucken, Bier trinken. Und ab 21 Uhr wird das ausgelost. Ich habe ja diese Seite, wo ich die Kommentare dann reinpacke. Wo wir dann ziehen. Und wer alles richtig gemacht hat im Kommentar, der wird auch gezogen. Der kann gezogen werden und kann damit auch gewinnen. Wir haben öfters Leute, die werden gezogen, aber hatten immer den Hashtag vergessen oder haben ihre Angaben nicht reingepackt. Aber in letzter Zeit klappt das schon immer besser. Kleines Shiny-Giveaway hier also. Shiny Relaxo in Vorbereitung auf den Shiny-Floing-Community-Day. Wie gesagt, schreibt eure Meinung rein, wie ihr den C-Day findet, ob ihr Spaß drauf habt, ob ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mitmachen wollt, schreibt aber das mit dem Relaxo auch in denselben Kommentar. Macht nicht zwei verschiedene, sonst kann es sein, dass euer Floing-Kommentar gezogen wird und da eben nichts vom Relaxo steht und ihr euch dann ärgert. Also, schreibt einen fetten Kommentar, guckt euch das ganze Video an und entscheidet, möchtet ihr da mitmachen oder nicht. Ansonsten könnt ihr auch einfach nur das Floing bewerten. Ihr müsst nicht beim Relaxo mitmachen, wenn ihr eins habt. Wenn ihr das Relaxo aber gewinnen möchtet, dann packt das vom Relaxo mit da rein. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend wahrscheinlich in der Spotlight-Stunde. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.